das alstertal einkaufszentrum ich weiß nicht wenn ich wenn ich immer das wort einkaufen höre dass das problem habe ich auch immer mit meiner freundin erstmal ich mag einkaufen ist mir schon zu stressig mir ist einkaufen wirklich schon zu stressig zweitens wenn meine freundin mitkommt muss ich mindestens drei tage urlaub nehmen weil einkaufen verlängert sich dann um gefühl drei tage mag ich nicht ich mag das einfach nicht und einkaufszentrum ist für mich so eine verbotszone mal frauschen wenn sie ein einkaufszentrum sieht ich habe die karte ich habe die karte von mein mann jetzt wird geshoppt und viele denken immer ich ich na gut ich kann es jetzt nicht zeigen aber viele denken immer ich verarsche die hier ist wirklich ich habe hier ich habe hier keine bankkarte drin habe ich nie die sehe ich nie die ist einfach weg gefällt mir nicht so wieder los was ist jetzt mit der bildqualität ganz einfach ich habe hier das gesamte video mit einem nintendo ds gezeichnet und animiert warum weil es witzig ist und weil ich es kenne es gab da mal so ein otto sein name war tatsächlich otto aber nicht der otto sondern ein werner otto da könnt ihr jetzt bei der ein oder anderen gurke bereits eine glocke angehen werner otto war der business boy wie er im buche steht er war gründer des sogenannten otto versand kurbelte die wirtschaft nach dem zweiten weltkrieg so richtig an und gründete 1965 noch eine firma die kg einkaufscenter entwicklungs gmbh und co noch ein kg dahinter und es wäre im selben register wie der weihnachtsmann der firmenname war aber viel zu lang also nannte man den bums einfach die ece mit der ece wollte otto aber keine schuhe und unterwäscher in die gurke bringen er wollte auch ins gewerbeimmobilien und wahren häuser game er wollte er wollte in die gruppe otto hatte damals recht strong in kanada gebusiness und dabei festgestellt dass die dann gibt es dann leute die haben pläne für die für das ganze leben einmal im leben ein delphin zu sehen zum beispiel ich das reicht mir das bin ich auch dann auch zufrieden ist auch nicht so stressig einfach mal ein delphin sehen da bin ich schon glücklich damit habe ich eigentlich so meine ganze leben also ich baue meine lebensplanung auf mann delphin zu sehen wird mit geld bisschen schwierig dann muss ich noch ungefähr vier jahre arbeiten gehen aber ich werde irgendwann delphin sehen und das reicht mir das ist so mein ziel mein lebensziel manche haben dann so ein bisschen stressiger wie der otto ne ja da irgendwie große läden haben in denen viele weitere kleine läden sind menschen also von einem laden in den nächsten laufen und dazwischen vielleicht mal so ein eis in sich einverleiben können ohne dabei nass zu werden das fand otto voll cool und meint dann vermutlich sowas wie warum haben wir sowas nicht kein plan wir machen das jetzt auch ok otto entschied sich das konzept des einkaufszentrums mit seiner immobilienfirma mit nach deutschland zu bringen er baute 1970 mit der ece die erste überdachte shopping mall in deutschland und er nannte es das alstertal einkaufszentrum und ich habe eine recht eigene beziehung zu diesem laden sie ist recht weird ich war und bin da basically viel zu oft für das was es eigentlich ist nämlich eine ansammlung an läden mit denen ich absolut nichts anfangen kann das aiz keine hat hier das problem ist einfach auch das konzept das geht auf ich habe ich wund direkt auch neben so einem sehr großen einkaufszentrum das konzept geht auch man geht rein sieht 5000 läden ich bin über ich bin wirklich dann überwältigt dann siehst du in irgendein laden wo du ganz wo du dir immer gesagt dass da wirst du nie reingehen da wirst du nie reingeht du brauchst auch nichts siehst du ein sonderangebot auf einmal bist du in dem laden da es funktioniert man kauft automatisch mehr anstatt wenn man in einer normalen stadt unterwegs ist und wo dann jeder laden so 1000 kilometer entfernt ist da kauft man halt nicht dann geht man eher an so einen laden vorbei aber in so ein einkaufszentrum und dann kommt dann noch irgendwie so so andere menschen die sagen hier sie kriegen von uns jetzt einen rabattgutschein wenn sie in den laden jetzt reingehen ja da geht man natürlich rein da geht man rein nicht schön ganz gefährlich eine mittelmäßig fancy gegend hier in hamburg ist aber nicht zu fancy und so positioniert sich auch das einkaufszentrum du hast hier ein teures klamotten geschäft neben einem anderen teuren klamotten geschäft neben einem anderen teuren klamotten geschäft und plötzlich ist da so ein laden für handy hüllen aber auch nur für handy hüllen ich meine wie viel umsatz macht ihr denn bitte dass ihr hier die mieter zahlen könnt dann gibt es hier einen sehr oft überfüllten starbucks aber ohne afan und direkt daneben einen absurd leeren joe and the juice der immer so leer ist das ist mir schon leidtot ich kann da aber das meiste nicht trinken weil ich inzwischen gegen die halbe welt allergisch bin oh noch ein laden für kleidung ich habe noch nie von euch gehört aber cool dass ich hier existiert ganz ehrlich wenn ich mich für irgendwelche outfits interessieren würde wäre ich das schlimme ist ja in den meisten einkaufszentren ist es ja wirklich so gemacht entweder du gehst rein und du riechst erstmal 5000 gerüche was dann durch bestimmte entweder durch andere läden projektiert werden oder bei uns ist es zum beispiel so dass solche duftstoffe gerne mal auf solchen duftgeräten nennt man das so ich weiß es nicht aber aus solchen geräten rauskommt und dann siehst du dann in den einkaufszentren oder ist mcdonald's oder gibt schnitzel daneben neben mcdonald's und schnitzel laden und dann ist man erst mal obwohl man gar nicht essen wo man hatte das war gar nicht mit dabei weil auf einmal ist du da du isst das frühstück abendbrot und mittagessen obwohl du gar keinen bock hattest obwohl du schon zuhause gegessen hast du kriegst trotzdem irgendwie hunger du kriegst hunger das ist einfach da das das ist manipulation das ist bewusste manipulation und wäre ich jetzt in amerika gerade in nordamerika unterwegs und ich hätte da mein sitz und ich war in irgendein staater zum beispiel für usa ich würde euch vors gericht ziehen in deutschland ist ein bild schwieriger da kriegt man vielleicht 50 euro gutschein schon längst mega arm geworden ab und an spawnt hier aber auch ein laden der dann auch mir zusagt wie zum beispiel ein klas olsen das ist ein skandinavischer mini baumakt und kaum finde ich das dann gut sind die dann so der tesla store samt kostenloser ladeinfrastruktur raus kaum habe ich so eine banane muss ich fürs laden selber bezahlen gamestop rest and pepperonis und die läden die ich früher mal cool fand und immer noch sind sind heute einfach nicht mehr cool blutomato das ist so ein skate shop der hatte früher unmenge an longboards von der decke hängen also meine lieblingsläden sind einfach so alles was mit technik zu tun hat also da gehört zum beispiel so was wie saturn mediamarkt gehört halt einfach dazu man man geht da an an technischen geräten vorbei denkt sich so oh ja das gerät hätte schon jetzt box und so ein 8k fern der braucht keinen schwanz aber der sieht toll aus dem braucht man dann sieht man so den preis und denkt sich so ja der sieht toll aus dem braucht man aber das geld werde ich in acht jahren hier haben und da geht man wieder raus ich gucke mir einfach so gerne einfach so sachen an die ich eh nie haben kann also so wie die meisten deutschen wie fast jeder deutsche ich weiß nicht wieso und irgendwie das problem ist dann wenn sie in solchen läden dann noch so zu ratenzahlungen anbieten ganz gefährlich teilweise sogar die guten lautet und was hängt da jetzt hosen weil es einfach nicht genug hosen gibt wie viele hosen sind genug hosen nehmals wir leben in einer von mode dominierten welt in die ich einfach nicht hinein passt und warum genau ich jetzt seit 14 jahren am aiz darum pimmeln ist mir tatsächlich sehr oft selber ein großes rätsel ich hatte damals vor sehr langer zeit herausgefunden dass es in hamburg ein apple store gibt und das sogar bei mir in der nähe ich hatte immer viel zu große scheuklappen im live und so habe ich den ganzen spaß damals überhaupt kennengelernt ich bin ein richtiger gangster und bümmel im rafelladen rum ich hatte immer als hätte meinen ersten richtig nebenjob da wie auch ein ganzes video drüber gemacht und auch die ece konnte ich ebenfalls mit meiner wenigkeit erfolgreich voll nerven in dem einkaufszentrum selbst gibt es nämlich viele infobildschirme auf denen immer irgendwas läuft ich wollte damals unbedingt irgendwas von mir auf die dinger bringen das gefährliche an solchen großen einkaufszentren ist einfach man hat halt erstmal so einen zentralen punkt ist für die kunden vielleicht vorteilhafter aber so so kleine tante emma läden können sich meistens ja gar nicht noch nicht mal die miete von so einem einkaufszentrum leisten weil da bezahlt man ja meistens schon ein bisschen mehr weil auch ja die das einkommen viel zu gering ist also der gewinn viel zu gering ist um die mieten dazu kaufen und solche läden verschwinden dann auch komplett was sehr sehr traurig ist wir hatten hier so tolle kleine tante emma läden alles sind irgendwie zu solchen kursen einkaufszentren reingerannt und ich bin eher so in so einen kleinen tante emma laden gerne einkaufen gegangen weil man ja irgendwie dann auch die ältere dame da so unterstützen möchte man weiß es ist so ein familienbetrieb man möchte auch nicht dass der familienbetrieb dann verschwindet und dann ist er dann doch weg und wir haben hier wirklich so gegende wo fast nur läden waren und die sind leer die sind leer menschen leer da wenn da jetzt eine zombie apokalypse ausbrechen würde ich würde mich nicht wundern was so traurig ist da waren so schöne läden damals die sind alle leer weil weil wir die leute rennen nur noch zu solchen großen einkaufszentren oder die meisten leute bestellen heutzutage auch solche großen einkaufszentren werden nicht mehr so lange sich halten können zumindest die läden da drin die meisten läden da drin die idee war ein zeitraffer von einem sonnenaufgang zu filmen und den dann dort laufen zu lassen ich weiß es kaum auszuhalten so spannend ist das das hatte ich dann damals der ICE vorgeschlagen und ein mitarbeiter lud mich tatsächlich zu einem persönlichen kennenlernen ein er meinte wir könnten es machen daraufhin habe ich dann aber über zwei jahre immer wieder versucht einen geilen zeitraffer von diesem blog mit aufgehender sonne abzufilmen und fand alle ergebnisse immer furchtbar bis heute ist mein zeitraffer projekt nicht zustande gekommen weil alles immer furchtbar mit dem ICE kollegen habe ich allerdings trotzdem ab und an noch kontakt einmal schrieb ich auch dem AIZ ob ich nicht für ein schulvideo projekt im AIZ übernacht zelten dürfte und wir waren tatsächlich bereits buchstäblich hart in der planung wie wir das denn so umsetzen könnten bis sich dann von denen einfach keiner mehr gemeldet hat weil sie vermutlich festgestellt haben dass ich schon lange nicht mehr zur schule ging und ich hatte meine erste eigene wohnung direkt an dem AIZ ran montiert die war so gutermaßen an dem ding dass ich hier bei regen im morgenmantel zu irgendeinem rando klamottenladen laufen können und wäre dabei trocken ist geblieben die wohnung war so geil sie war zwar nur eine ein zimmer putze hatte aber so ein gewalt hoffenster über eine ganze zimmerseite dann direkt zu einem megabalkon führte und keine ahnung man manchmal vermisse ich sie schon ein bisschen und vermutlich ist das irgendwie die erklärung warum ich den bums mag wenn auch keine wirklich gute es ist nicht unbedingt das einkaufszentrum selbst auch wenn ich ein bachelor in dem ding habe es sind eher die aber tausenden erinnerungen die mit diesem ort hand in hand gehen und das ist alles irgendwie ein bisschen weird aber ich überlege mal kurz meine erinnerungen an deutschen großen zentren sind ganz ganz viel geld verloren das was noch nicht mal ich selber ausgegeben habe immer hunger gehabt dicker geworden also was auch relativ negativ firma für meine für mein gesundheitszustand ist ne so wie einkaufszentren aber ihr seid dran schuld ja also ich habe ja hab ich da irgendwie was positives ne habe ich nie habe ich einfach nicht und ich bin damals auch mit 18 ja dann auch in so einen laden gegangen in so ein einkaufszentrum wo man halt so eine ratenzahlzahlung machen konnte und ja das waren meine ersten schulden also ich habe eigentlich nur negative erfahrungen an so ein scheiß teil das habe ich meine tante emmerladen noch nie noch nie gehabt wo sind die läden hin und das schlimme ist ja man sieht man sieht das jetzt gerade die die entwicklung hier in osten ganz gut die einkaufszentren die die meisten läden verschwinden immer mehr weil es einfach in richtung digitalisierung mehr geht und bei uns hier das einkaufszentrum was wir zum beispiel hier haben da sind nur noch lebensmittelverkäufer du hast nur noch lebensmittelverkäufer weil technik ja verschwinden auch immer mehr die läden gerade auch die diese kleinen unternehmen verschwinden weil ja die leute bestellen lieber also du hast wir haben bei uns hier oben wir haben liedl einkaufszentrum wir haben penny wir haben muss ich überlegen liedl penny dann halt so so kleine unternehmen aber aber so 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 technisch technische läden und sowas gibt es auch nicht mehr die verschwinden immer mehr da brauchen wir auch kein einkaufszentrum wenn du überall dieselbe gurgel bekommst wenn du überall dieselbe tomate bekommst dann kann man doch wieder anfangen die läden so ein bisschen sofort teilen mein ja nur während fast alle mit denen ich anfangs regelmäßig im aiz herumgedödelt habe schon lange lange weg sind werde ich wohl weiterhin die front steady halten und dabei zusehen wie alle leben die ich noch irgendwie ein bisschen gut finde anfangen werden klamotten zu verkaufen in dem sinne der danken für's zu zuschauen ihr gegurken habt euch lieb der gurgel gesagt ja war mal eine tolle idee wie alles mal eine tolle idee war ich glaube der liebe werner sein planbar ist irgendwie zu zentralisieren dass man ein ort hat wo man wirklich alles kaufen muss dass man nicht durch eine halbe stadt latschen muss um artikel x und y zu bekommen dann hat man ja ein ort wo man vielleicht auch soziale kontakte knüpfen kann durch cafés restaurants und so weiter und so fort und man hat einen großen ort wo man sehr sehr viele jobs anbieten kann das hat ja an sich in der theorie alles vorteile aber in der praxis hat es vielleicht eine zeit lang funktioniert wird aber nicht mehr und und die läden die sich halten können sind meistens so große ketten dass keine ahnung wie zum beispiel jetzt adidas man sieht da kaum noch so kleinunternehmer zumindest bei uns lieber uns sterben immer mehr kleine unternehmer aus und und gerade die menschen die sich gerade so irgendwie so ein bisschen selbstständig machen wollen mit so einer eigenen idee und so sieht man kaum noch man sieht keine kreativität mehr man geht in so ein scheiß einkaufszentrum ich kann mir die gurke jetzt in den laden holen ich kann mir die gurke in den laden holen ich kann mir aber auch die gurke in den laden holen ich kann mir die gurke in den laden holen ich kann mir 50.000 läden wo ich mir eine gurke holen kann aber nichts anderes vielleicht will ich mir da mal einen fernseher angucken oder ein auto gibt es eigentlich ein einkaufszentrum wo so ein auto haus drin ist ich glaube nicht naja gut ich hoffe es hat euch gefallen guckt unbedingt original video anlass liebe da lass kommentare da lass ich hoffe wir sehen uns im nächsten video bis dann haut rein und tschüss